Alter, ums Rathaus herum habe ich jetzt so viel Erde platziert Zur Hilfe, aber naja Nein, ich laufe in die falsche Richtung Typisch Oh, Scheiße, ich schlag mit dem Boot Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich verreck Das wäre lustig Leck mich Ja schon Oh, ich hab fast kein Oh ne, meine letzte Spitzhacke ist kaputt gleich Holst dabei? Ja Ja, solange du holst dabei ist nicht alles gut Ja Kürbis Haben wir aber schon Oh, Creeper, 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 au Alter, ich bin fast tot Oh, das tut doch gut Oh, Triss, siehst du, so ging es die ganze Zeit gestern bei der Höhlen-Tour Und du einfach nichts Nichts Ey, bei mir war es vorher auch gar nix und jetzt auf einmal, jetzt kommen alle Oh, die Höhle ist einfach so riesig Oh, Sexcreeper Alter, wie viel war da los? Da waren Sexcreeper und dann habe ich noch irgendwo Skelette gehört und Zombies Warte, wenn es hier regnet, regnet es auf der ganzen Minecraft-Map, oder? Ja, wahrscheinlich Ja, weil bei mir regnet es jetzt nicht mehr Ja, bei uns auch nicht Hat gerade eben aufgehört Ja Oh, ich höre schon wieder Skelett Alter, die Höhle ist einfach so groß Ist das auch nicht jetzt Dschungel, komm schon Eigentlich muss ich auch mal auf Wildtour gehen Was anderes könnte es doch gar nicht sein Habe ich schon erwähnt Das ist das, was ich dauernd finde Voll der Krampfisch Aber ne Hast du schon ein Pilz-Biom gefunden? Warte, gibt es das hinter 1-7 überhaupt noch dieses reine Pilz-Biom? Ja, klar Ja, klar Mit dem, mit dem Mützial Mützel Mützel Wir haben jetzt erstmal hier so ein kleines Versteck gebuddelt Könnt ihr mir sagen, wann es Tag wird? Ähm, ja, es wird Ja, okay, der Mond ist schon über Über die Hälfte Oh, Silberfisch Silberfisch Aber Der hat mich fast getötet, alter So wie gestern Oje Das war schlimm Du, ich glaube irgendwie seid ihr nicht effizient genug Weil Trissi findet die ganze Diamanten Ja, ich find gar nix Oh, Diamanten Ich hab 19 Diamanten Echt das? Ja Oh, Mann Ich hab jetzt 19 Diamanten Ich hab null Noch Noch Jetzt Ähm, und meine Eisenspitzhacke Ich claim, oh Das war klar Okay, ein Warum wird es wieder warm im Zimmer? Es leckt Ja, es leckt echt Es leckt Echt? Ja Jetzt, jetzt wieder Bei mir nicht, bei mir hat es gerade eben geleckt Goy Dir Pass auf, der fällt gleich ein Lava Denk ach Ähm, eine Frage Jonas, warum kriegst du das Achievement nicht? Keine Ahnung Sechs Stück hab ich Dessen, dann hast du keine Dias Doch, hab ich Warum kriegst du das Achievement dann nicht? Hat er vielleicht schon Wie? Ne Der finde doch keine Dias Gucken doch mal an Im Ernst, wieso hab ich kein Achievement Eben Das bestimmt, du hast es bestimmt mit Klappislazuli verwechselt Ne, ne, man muss irgendein Achievement davor schaffen, glaube ich Achso Ja Vor Diamanten musst du Eisen schmelzen Schmelzen hab ich noch nicht Haha Okay, ich schmelze kurz Eisen, dann zeig ich dir, dass ich die erst gefunden hab Hey, wie denn? Du hast die doch schon abgebaut Ja, ich, aber das reicht, wenn ich die dann im Inventar hab Ah, reicht? Echt jetzt? Ja Zeit wann das? Keine Ahnung Schon immer Ich geh jetzt mal mein Hab ich alle am Mainzen, ey Ja, ich bin, ich bin grad auf 4264 Halt die Fresse, ich brauch Eisen, Alter Ich sag dir, du machst deine eigene Stadt auf Und ich brauch Kohle, ich hab, ich muss fucking, Alter So, Eisen Diamanten Alter Jetzt, so Krieg ich das jetzt? Anscheinend nicht Ja Okay, ich hab 26 Diamanten Alter, ich hab 6 Jonas, halt dich mal an Ja Ja Ich war immer viel zu hoch vor Ich hab's im Urin, Jonas, kratzt gleich ab Ich, ja Wollte ich auch grad sagen, ich sterb gleich Tag, Boom, tot Alter, das wär richtig scheiß Oder machst du wie Lukas I'm unkillable tot Hahahaha Beregnet Nee, mach ich nicht Keine Angst Alter, ich wurde hier unendlich weit in die Tiefe Und hier kommt einfach nix Genauso wie bei einer Mona Er pulstet Mau und endlich weit in die Tiefe Und es kommt nix Oje Oh, Zombie Zombie Oh Oh, oh Ich hör schon, wie er die ganze Zeit auf der ersten Maus klickt Okay Hier ist echt ein bisschen arg dunkel Alter, wie ich einfach mal drei Ofen gemacht hab Drei Ofen vor allem Öfen Drei Ofens Nein, oh Feffens Oh Feffens Kannst du gar kein Deutscher davon Feu Feu Tattelfeufe Oh, oh Creepo Creepo Hahahaha Alter Ich hab drei Herzen Ich lach so, wenn der drauf geht Ich lach so, wenn der drauf geht Mein Ofen Dein Ofen nicht kaputt Was? Auf welchen Koordinaten bist du? Hm? Wer Cordis Äh, warte Jonas Warte Jonas Ja Hast du grad gesagt, dein Ofen ist kaputt gegangen? Ja, das hab ich grad auch verstanden Ja Wie kann ein Ofen kaputt gehen? Ja, Creepo Ach so Ach so Ah Äh Äh Jetzt Cordis Das ist schon logischer Äh, hm, hm Okay Wie kommt das? Ich muss jetzt erst mal gucken, dass hier unten nichts bauen Okay Wo ist das? Jetzt muss ich wieder stufen bauen Minus 500, Minus 200 Okay, krass Ah, ein bisschen weg Aber ich bin glaub am weitesten weg von allen Nein, ich bin direkt am Radhaus Scheiße, ich hab keine Sex Alter, ich bin doch jetzt schon auf 39 und ich hab weder Kohle noch Eisen gefunden Ja Aber ich hör Fledermäuse Warte Pass auf, gleich komm ich in Ne Dings rein Hier Äh, hier, äh Wie heißt's? Nicht Höhle, sondern das andere Warte, warte, pass auf, pass auf, gleich komm ich rein Gleich komm ich rein Warte, warte Ja, gleich komm ich rein Oh man Gott Ja, ja, Wasser Was völlig unnatürlich ist Ja schon Ja, wenn ich unter Tage bin Unter Tage Vollzeitgeleck Ja Ja, weiß nicht was unter Tage ist Nein Geil Geil Ich bin jetzt auf Höhe 17 und da finde ich Kohle Ja Ganz normal So, mach ich mal unser ganzes Lehm Mach ich mal unseres ganzes Lehm Ja Junge, mach ich ganzes Lehm jetzt Unseres ganzes Unseres ganzes Unseres ganzes Lehm Ja, dein Mikro Und der Eingang ist nicht Ja, doch Ah, da, oh Geh, ich frag mich ja, weil die, äh, Janis hatte hier so viele Kisten ihn gebaut, warum ihr das nicht alles ins Lager tun? Hm Hm Versteht niemand Eisen, jawohl Vielleicht weil's Lager so hässlich ist Ja Oh, Creeper Boah, sicher von dir Alter, alter Kratz, da hab ich echt da und fast Da hab ich echt Geil, ich finde, ja, Mann, äh, Creeper Und Redstone Aber kein Eisen Ehh, schön Und